Herzlich willkommen in Derbe, der Stadt, in die Paulus und Barnabas flohen, nachdem sie aus Antiochia in Pisidien, aus Iconium und aus Lystra vertrieben worden waren. Die Stadt Derbe markierte den östlichen Wendepunkt von Paulus' erster Missionsreise. Und es steht hier in Apostelgeschichte 14, dass er in der Stadt das Evangelium verkündigte, gemeinsam mit Barnabas, und dass sie eine schöne Anzahl von Jüngern gewannen. Danach kehrten sie wieder zurück, genau den gleichen Weg, den sie gekommen sind. Also zuerst nach Lystra und dann nach Iconium und dann nach Antiochia in Pisidien. Das zeigt, dass Paulus es nicht nur wichtig war, den Menschen das Evangelium zu verkündigen und sie zur Rettung zu führen, sondern auch dafür zu sorgen, sie zu begleiten, dass sie im geistlichen Leben nach ihrer Rettung auch Fortschritte machen. So beginnt auch die zweite Missionsreise, das steht in Apostelgeschichte 16, dass er zu Barnabas sagt, Barnabas, lass uns wieder in die Orte zurückkehren und schauen, wie es den Brüdern geht und wie sie im Glauben wachsen. Deswegen kehrte Paulus sowohl auf seiner zweiten als auch auf seiner dritten Missionsreise hierher zurück.